Alekdo, führ uns bitte 20 Jahre in die Zukunft. Wir haben uns als Sklaven unsere eigenen Erfindungen gemacht, von Anfang unserer Zivilisation. Wir würden aus dem Genom ihres zukünftigen Kindes die zwei bekanntesten, weitverbreitetsten Erbkrankheiten entfernen, inklusive Alzheimer, Parkinson und Herzkrankheiten. Schau mal, hier bin ich blant. Alekdo, hast du den Kirschhalt gestehen an meiner Mutter gegeben? Ja, sie ist die einzige, auf die du hörst.